Herzlich willkommen zurück bei Drakensang mit unserer kleinen Truppe. Also klein ist eigentlich nur der gute Vogrimm und die anderen sind ja doch relativ normal gewachsen, sag ich mal. Aber das soll den Vogrimm nicht abhalten, mit diesen Hüden an Frauen zusammen durch den Wald zu laufen. Denn was er in körperlicher Größe nicht hat, macht er wieder mit seinem Selbstbewusstsein Wett. Und mit seiner Rüstung natürlich, die strahlend ist. Die strahlende Rüstung des Vogrimm. So, wir sind letztes Mal in diesem furchtbaren Kampf glorreich ausgetreten. Sagt man das so? Oder herausgekommen. Und jetzt wollten wir erstmal Getreide ernten. Hier wurde da schon gearbeitet und jetzt müssen wir ran. Ne, das stimmt wohl nicht. Müssen wir hier gar nicht lang? Hier ist irgendwie die Stadtmauer. Ich glaube, wir müssen weiter einfach dort lang. Ich glaube, dieser Bereich der Karte ist gar nicht so Open World wie der Rest, sondern wir sind hier so ein bisschen auf Wege angewiesen. Oder sehe ich das falsch? Wir werden einfach mal weitergucken. Auf jeden Fall haben wir ein grünes Fragezeichen und das ist, glaube ich, Gerling. So, was haben wir denn hier? Ist das Nebel oder Wasser? Ich weiß es nicht. Wir werden mal gucken. Ne, ich glaube, hier ist nichts. Hier können wir nicht weiterlaufen. Dann gehe ich mal noch hier weiter. Hinter der Hütte. Geht es denn da weiter? Sagt ihr bloß, wir finden hier den Weg nicht. Hier ist doch auch Wasser. Ja, aber das Wasser sieht hier völlig anders aus. Aber warte mal, da hinten ist eine Brücke. Vielleicht sollten wir einfach darüber laufen. Was sagt ihr dazu? Das ist ein Bereich gewesen hier. Da war überhaupt nichts. Aber gut, dass wir mal dort nachgeguckt haben. So. Diese Goblins wollen nichts mehr von uns. Ich ernte, was ich sehe. Dann spare ich mir das Säen. Ha! So. Über die Brücke und hinfort. Ich glaube, wir werden jetzt sowieso früher oder später in den Hinterhalt geraten. Denn... Oh, ich glaube, ich habe gerade Photoshop geöffnet. Aus Versehen. So. Wir werden erstmal hier so ein bisschen... Hier das Zeug... Ich muss das hier nochmal Photoshop schließen. So. Ich habe einen kleinen Kumpan mitgenommen. Und werde jetzt natürlich... noch meinen Armatrutz anlegen. Denn sicher ist sicher. Wer weiß, was hier alles gleich auf... Da hinten seht man doch schon eine Schamanin. Die Schamanin war vorhin ziemlich übel. Die muss leider zuerst sterben. So. Ihr dummen kleinen Goblins. Nun ist es Zeit... für euer... für euer Ableben. Wir haben einen Donnerkeil. Nein, nein, wir haben zwei Donnerkeile. Und... wütende Echse, die jetzt... zum Angriff... natürlich austeilen werden. Und ein Wildschwein, natürlich. Das darf man nicht vergessen. So, mal gucken. Rums, rums. Ach, komm schon. Jawoll. Die Schamanin liegt. Und damit ist schon mal... Uh, da sind aber viele. Na gut, aber das kriegen wir hin. So, da liegt schon wieder einer. Jetzt muss ich gar nicht mehr so wahnsinnig viel machen. Die haben hier nochmal Waffengift. Das ist das Fiese. Die haben halt echt Waffengif-Probleme. Äh, unsere Leute. So. Und... Die gute... Na, ihr wer weiß von nix. Kämpft mit ihrem Degel. Ganz... Gar vortrefflich. Elf Punkte. Und sie hat keine Munition. Das können wir so nicht stehen lassen. Wir haben hier 100 Pfeile eigentlich. So. Guck mal. Mach doch das einfach mal. Wie wär's? Na, ein Pfeilhagel. So. Die beiden... Um die muss ich mich gar nicht mehr kümmern. Rums. Hahaha. So. Und jetzt hier. Auch weg. Guck mal. Da kommen die zur Hilfe. Aber eigentlich brauchen wir das ja nicht, ne? So. Nein. Wir können noch mal gucken, ob wir hier so ein paar Einbeerensäfte finden. Ein blutiges Beil. Nein, das nehmen wir nicht mit. Nein, das nehmen wir auch nicht mit. Das sind alles Dukaten, hat irgendjemand mal auf YouTube geschrieben. Ey, das sind alles kleine... Das sind keine Dukaten. Ja, das sind maximal irgendwelche Kupfermünzchen. Die einfach nur schwer sind. So, das haben wir alle schon. Totes, beschworenes Wildschwein. Oh Gott, unser Wildschwein ist... Und hier ist der Einbeerensaft. Wusste ich doch. Gut, schäbeln wir auch mit. Das war die Schamanin. Okay. Ja, Moment mal. Dann das hier könnten wir ja mit ihr mitnehmen. Die Pfeile. Ja, die lassen wir auch nicht liegen. Das lohnt sich ja, die mitzunehmen. Was ist mit ihm hier? Machen wir mal Pfeile. Seht ihr mal. So. Erster Hinterhalt, würde ich mal sagen. Glamourös bestanden. Und ich setze hier nochmal... Achso, ich wollte ja nochmal gucken. Ich glaube, sie... Oh, guck mal. 1.800. Ich glaube, ich sollte sie auch mal ein bisschen leveln gerade nochmal. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. So, natürlich die Bögen. Bogen machen wir mal auf Max. Was haben wir denn hier bei der... Bei diesen... Ja, den Fulminictus auf jeden Fall. Dann den hier. Das lohnt sich auch. Der Sanftmut. Hilfreiche Tatze. Oh, wir sind erst bei 17. Mann. Wir machen nochmal hier ein bisschen was. Und jetzt wäre aber so ein bisschen tatsächlich die Frage, ob wir... Wer hier vorige Nächste? Kann man gar nicht. Okay. Hatte sie nicht noch ein bisschen mehr? Ich dachte, ich hätte bei ihr schon ein bisschen mehr Sachen freigeschaltet. Aber anscheinend ja nicht. Sollen wir den Plumbumbaro machen? Oder den Amatrutzmeier auf jeden Fall auch nochmal? Und dann wäre hier halt noch so die Möglichkeit Intuition, noch ein bisschen Klugheit, Mutheit. Mutheit und Klugheit. Also ein bisschen klugger und ein bisschen Aela. Also Astralenergie reicher. Oh, das machen wir doch. Den Balsam Salabunde würde ich jetzt auch mal vorsichtshalber so ein bisschen mitmachen. Und dann gehen wir aber nochmal auf die normalen Fähigkeiten und gucken mal, ob wir die Selbstbeherrschung noch ein bisschen hochsetzen. Ja, die ist nämlich noch ziemlich niedrig bei ihr. Und was können wir denn nochmal machen? Und Pflanzenkunde? Ich will irgendwie nicht sowas hier für die Pflanzenkunde raushauen. Magiekunde wäre bei ihr noch so ein Ding. Aber ich glaube, ich gehe tatsächlich erstmal hier. Für Bögen braucht man auch so ein bisschen Fingerfertigkeit. Ich gebe sie nochmal ein bisschen Fingerfertigkeit. Und gut ist. Also, damit hätten wir sie. Hier haben wir nur 299. Weil sie hat nämlich ordentlich neue... Hier, Horifobos Schreckgestalt. Uh! Der Magier erscheint seinem Opfer als eine bedrohliche Gestalt und schüchtert das verzauberte Wesen ein. Das finde ich ja auch ganz witzig. Was haben wir noch? Ruhe, Körper, Ruhe, Geist. Klaum, Plurum. Hier. Der Corpo Frigo Kälteschock. Der Zauber entzieht seinem Leben, wenn es schlagartig die Körper werden soll, sodass seine Kampfwerte und Attribute stark verringert werden. Minus 4. Für 15 Sekunden. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Aber es ist auf jeden Fall besser, als der Blitz, die ich finde. Nicht so geil wie der Plumbumbarum tatsächlich. Aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die wir in Betracht ziehen sollten. Wie dem auch sei, wir haben jetzt hier ein beschworenes Wildschwein. Ich will nochmal gucken, ob wir vielleicht mit... Ne, ich kann hier nicht noch höher gehen. Ich glaube, das bleibt bei einem Wildschwein momentan. Also irgendwann werden wir nochmal ein neues Wesen bekommen. Wenn wir... Uh, ihr guckt euch das an. Das Waffengift. Ihr müsst nochmal Schnee und Tee aufkochen für die gute Rulana. So, Flauschebau ist schon wieder weg. Es tut mir leid, dass ich immer so spät streame, aber bei mir geht es tatsächlich auch nicht anders. So. Ähm, gute Nacht, Flauschebauch. Schlaf den gesunden Schlaf der Gerechten. So. Fässer! Wir müssen sie niedermetzeln. So. Was? Da war nichts drin? Was war denn das für Fässer? Das waren ja gar keine richtigen Fässer. So. Wir haben ja auf jeden Fall echt einen Weg hier einfach mal. Warte mal. Dort hinten, da tauchten doch schon wieder irgendwelche... Guckt euch das an. Da sind halt tatsächlich auch noch Goblins. Und die Frage, ob wir die jetzt bekämpfen sollen. Lohnt sich eigentlich gar nicht. Wir gehen jetzt hier mal weiter über die Brücke. Prenshain. Da müssen wir hin. Nach Prenshain. So hieß der verdammte Ort. Prenshain. Und es scheint ein langer Marsch zu sein. Gott sei Dank haben wir Brot und Stulle dabei. Also beides. Und damit auch Verpflegung. Da sind schon wieder die Nächsten. Ach, die kämpfen ja schon. Was? Oh nein. Was zur Hölle habt ihr mit unseren Kumpanen getan? Äh, sterbt. Gibt es da eine Goblin, 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 Goblin Berserker, Goblin. Okay, also es gibt hier keine echten, keine echte Bedrohung. Keine Schamanen. Die Schamanen sind echt das Böseste gewesen bisher. Ähm, so, den gehen wir mal hier direkt auf den anderen Schamanen. Und sie machen wir hier noch mit einem Donnerkeil auf den Berserker. So, jetzt stürmen auf uns die Goblins. Die sehen hier sehr humanoid aus, die Goblins, muss man ja sagen. Ähm, so, da ist doch schon einer wieder weg. Ja, Wallinger. So, dann werde ich mal ganz schnell versuchen, den hier wegzukriegen. Damit ich dann nachher gleich den anderen helfen kann. Und währenddessen werde ich mal Vogrim hier so einen Rundum-Angriff starten lassen. Mal gucken, ob sich das lohnt. Da werden wir gleich ein paar rote Zahlen wahrscheinlich nach oben trinken. Boah, der hat ja voll in die Gebärmutter gehauen. Hier, guckt euch das an. Rums. Jawoll. Ähm. Ich glaube, das gleiche mache ich mit ihr auch nochmal. So, wie sieht der hier aus? Der sieht immer noch ganz gut aus, tatsächlich. Achso, weil der Zauberspruch noch nicht da war. Dann verstehe ich das natürlich. So, haut drauf. Äh. Liebe Naiva. Das Wildschwein bekämpft auch einen. 25 Schaden hat sie gerade gemacht. Das ist ja respektabel, muss man sagen. Ähm. Du nimmst dir mal den hier vor, bitte. Und hier, ich glaube, der Zwerg hat momentan keine Ausdauer übrig. Äh. Ne, warte mal, dann gebe ich mal hier mit drauf. Alle mal her, gehöre. Die greift natürlich den hier weiter an. Und wir haben noch jemanden, der mit einem normalen Schuss, glaube ich, erstmal den Komplett-Berserker hier zu Ende bringt. Jawoll. Dafür ist sie halt gut, ne? So, Snipe-Schüsse. Last Hits. Das kann sie gut hier. Unsere, äh, Gwendala. Und jetzt gucken wir mal, ob sie vielleicht... Hier, da könnte sie auch schon wieder einen Last Hit machen. Weil die ist einfach schnell. Die greift halt sofort an. Na gut, das war sie nicht diesmal. Aber egal. Dann machen wir es eben hier. Zack. Haha. Da fallen die Goblins wie die fliegen. Zack. Nice. Gwendala erweist sich inzwischen als echte Stütze, ja, der Gruppe. Nicht nur wegen ihrer Zauberei, sondern auch wegen ihren, äh, Künsten am Bogen. So sieht's aus. Wo sind denn hier die Fernkämpfer gewesen? Ach, wir hatten gar keine Fernkämpfer, glaube ich, ne? Dieses Mal gab's gar keine Fernkämpfer. Hat den hier vielleicht noch? Nö. Oh Gott. Die armen Soldaten. Gardist, Gardist und ein Edelmann auch noch. Sag mir bloß, der Edelmann hatte nichts dabei. Das ist doch voll unrealistisch. Der muss doch Reichtümer bei sich haben, die ich looten kann. Hallo? Nur loot ist gut. Na gut. Dann, ähm, ist das die Kirche, die wir vorher gesehen haben? Ich glaube schon. Gucke ich hier nochmal mich kurz ein bisschen um. Wir müssen ja so in die Richtung, aber ich glaube, wir müssen oben rum. Wir werden jetzt also einen beschwerlichen Weg haben, äh, bis hin nach Prenzheim. Na, und wahrscheinlich werden wir auch noch auf das Lager der Goblins stoßen. Ja. So. Ähm. Oh. Wer ist das denn? Archon Megalon. Was? Die Transformers sind hier in, äh, DSA verhaftet? Was ist denn hier los? Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ihr besucht diese Gegend zu einer wahrhaft interessanten Zeit. Wusstet ihr eigentlich, dass in manchen Kulturen die Redewendung Mögest du in interessanten Zeiten leben ein Fluch ist? Das zeigt wohl, dass intelligente Lebewesen die Langeweile schätzen, während sie die Abwechslung fürchten. Ähm, wer seid ihr? Namen. Namen sind nur Schall und Rauch. Und wo wir gerade von Schall und Rauch sprechen... Ich hab ja so eine kleine Ahnung, wer das sein könnte. Ja. Ich glaube, er ist nicht derjenige, der er zu sein vorgibt. Sondern er ist jemand ganz anderes. So, was können wir denn hier gucken? Kommen wir hier weiter? Hier hoch vielleicht? Nee. Kein Geheimgang. Ich dachte, hier gäbe es einen geheimen Weg. Aber nö. So. Wir haben noch jemanden, der auf der Brücke steht. Sehr witzig. Vorhin hatten wir noch hier Goblinder Horden, die nach dem Leben trachten. Und nun stehen hier einfach so Leute rum. Könnt ihr es riechen? Der drückende Gestank verdorbener Kreaturen, die allen Friedlichen nach dem Leben trachten, liegt in der Luft. Sie besodeln alles, was sie berühren. Sie plündern, rauben, zerstören und morden, wo immer sie auftauchen. Was würde ich für ein Unwetter geben, das sie alle von der des Antlitz hinwegfegt? Den kennt man auch als Sprecher. Doch, dass auf das Schicksal nicht zu hoffen ist, das weiß ich nunmehr allzu gut. So ist es wohl an mir, Ankoron Falkenkralle, die Geschicke wieder in gerechtere Bahnen zu lenken. Ich hätte dies auch längst versucht, wenn auch nur der Hauch einer Chance bestanden hätte, bis zu ihrem orkischen Anfüger durchzudringen, ohne den ihmhörigen Goblinschmutz auf den Plan zu rufen. Das sind harte Worte. Scheint, als hegt ihr einen persönlichen Groll mit diesem Ogre und seiner Bande. Mag sein, aber meine Gefühle sind nicht mehr von Belang. Hier geht es um mehr. Manche Dinge dürfen niemals ungesühnt bleiben. Doch das, was dieser Haufen Abschaums dort unten verbrochen hat. Ich war des Nachts fort auf der Jagd, tief in den Wäldern. Ich hatte gerade meine Beute vor mir, als eine böse Vorahnung mein Herz ergriff. Ich ließ ab von meiner Beute und rannte so schnell ich konnte zurück zu meiner Sippe. Erst bei Tagesanbruch erreichte ich mein Dorf und was ich dort im kalten Morgenlicht vorfand, riss meine Welt in Stücke. Meine Sippe. Die Häuser geplündert und niedergebrannt. Ganze Familien. Jeder meiner Freunde ermordet. Seit diesem Moment dient mein Leben nur noch dem Ziel, diese Untiere zur Strecke zu bringen. Tut mir leid, das zu hören. Ich wünschte, euer Flust könnte ungeschehen gemacht werden. Ich werde euch im Kampf gegen den Oger helfen. Na klar! Tatsächlich. Gut, dann kommt mit. Ich möchte euch etwas zeigen. Nice. Haben wir schon wieder Verbündeten, um das Lager auszustemmen? Gucken wir mal. Ihr seht, dies ist der Zugang zu Ihrem Lager. Über dieses ausgetrocknete Flussbett betreten und verlassen Sie Ihr Loch. Worauf warten wir dann noch? Nutzen wir die Gelegenheit beim Schopfe und greifen das Lager an! Oder? Sehr gut, dass wir den Hauptmann sicher interessieren. Das könnten wir auch sagen. Der Hauptmann, vielleicht wird uns dann noch mehr geholfen. Ihr meint den Hauptmann der Stadtwache? Haben die Rosenohren sich also endlich entschlossen zu handeln? Und dann bringt ihm die Kunde und kehrt dann mit seinen Männern zurück. Ich werde hier warten und weiter beobachten. Warum reifen wir nicht gleich an? Das wäre purer Selbstmord. Sie würden uns durch ihre schiere Masse überrennen. Wollt genug Männer von der Stadtwache. Dann können wir dieses Nest ausräuchern. Also wir werden sogar gezwungen... ...seine ganze Sippe grundlos auf einen Schlag zu massakrieren. Wir sollten Ankoron helfen, mit diesem dreckigen Ogerpack abzurechnen. Tatsächlich. Synchronstimmung von Keanu Reeves oder irre ich mich da? Auf jeden Fall kannte man die. Also ich kenne den auch von ganz vielen anderen Sachen. Der hier den Ankoron gerade gesprochen hat. So, jetzt sind wir in einer dieser typischen Rennstrecken. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal ganz zurücklaufen und dann wieder ganz hinlaufen. Aber der Lohn ist natürlich, dass wir mit einer riesigen Mannschaft das Lager angreifen können. Und dann eine ordentliche Tracht Prügel austeilen dürfen. Ja, das ist die Belohnung. Speicher mal wieder. Ja, ist ja gut. Ich hatte schon ein oder zweimal das Problem. Ne, einmal eigentlich nur. Ähm, dass ein Speicherpunkt verloren ging. Beziehungsweise ich nicht gespeichert hatte und dann... Ne, ich bin ja gar nicht gestorben. Ich bin ja noch nie gestorben in dem Spiel. Also was erzähl ich denn da? So. Also. Leider gibt es keine Schnellreise. Das wäre eigentlich ganz nett. Ach komm! Wo seid ihr denn jetzt aufgetaucht? Das ist doch ein Witz! Jetzt kommt ihr plötzlich aus den Büschen gekrabbelt hier. Und unser Wildschwein ist fast... Seine Zeit ist fast abgelaufen. So, was haben wir denn hier? Goblin Berserker? Goblin? 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 Goblin Berserker. Ich glaube, keine Schamanen. Dann gehen wir mal auf den Berserker. So. So. Dann muss ich jetzt hier... Ich habe den leider noch nicht so richtig im Visier hier. Ich glaube, das ist der hier. Hol mir Niktus Donnerkeil. Oh Gott. Ich habe nicht... Ich habe das falsche Gedrückt. Glaube ich. Ja, habe ich. Egal. Wo mache ich das jetzt? So. Was? Wieso hat die keine Astralenergie mehr? Rums. Da fiel einer schon wieder. Ich weiß zwar nicht wer, aber einer fiel. So. Dann machen wir mal einen Rundumschlag hier. Mit beiden. So. Hervorragend. Währenddessen wird ein gezielter Schuss abgefeuert auf diesen hier. Und sie greift einfach so an. Wieso hat eigentlich sie so wenig Astralenergie momentan? Ach so. Oh, nee. Das war nicht deshalb, sondern weil ich aus Versehen den einen Zauber abgebrochen habe, glaube ich. So. Die Frontlinie der Goblins ist schon wieder ziemlich dezimiert, würde ich sagen. Ich gehe jetzt mit ihr mal so ein bisschen hier hin. Und... Weil den hier, den kriegt ja der gute Vorröm schon alleine hin. Ich helfe nochmal... Ah, hier ist die Schamanin. Seht ihr? Die Schamanin muss erben. Denn die, ja, die hat nämlich hier schon mal schönen Somnigrabis auf unsere gute Amazone gelegt. Und das geht halt gar nicht, klar. So was. Wo ist denn Vogrim? Da ist Vogrim. Vogrim geht mal auch schön auf die Schamanin. Die habe ich leider vorher nicht gesehen. Aber wie haben die sich so schnell, äh, eigentlich vermehrt hier, die Goblins? Verdammte Axt nochmal. So, jetzt haut zu. Na also. So, und was machst du eigentlich hier? Du machst gar nichts, oder wie? Hilfe dem Wildschwein. Ah, das war es schon wieder. Na also. Dann lassen wir nur mal die Rulana ihren Rausch ausschlafen. Sehr schön. So, die ganzen Goblins sind irgendwie in den Hang gerutscht. Äh, Sehnen und Einbären nehmen wir mit. Hier liegen auch noch Goblins rum. Die sieht man überhaupt gar nicht mehr. Nice. Nice. Nun gut, Kurzbogen. Äh, hier ist ja überhaupt nichts. Die Schamanin könnte vielleicht noch was haben. Ja. Hier hat noch Einbärensaft, Krötenschemen und Olgenblut. Dann nehmen wir alles mit. So, dann, äh, brühen wir nochmal ganz kurz einen kleinen Tee auf. Gegen das Gift. Quattcore ist angekommen. Was hat die denn so lange gemacht? Was ist denn da los? Musste die arbeiten? Dann werden wir mal zum Käpt'n marschieren. Und dem mal Bericht erstatten. Wehe, der ist jetzt weg und hat sie aufs Ohr gelegt. Das wäre ja der Hammer. Ich glaube, die ploppen aber gleich auf. Ja, da sind sie doch. Da stehen sie doch. Wache. Eigentlich ist er, der Hauptmann ist ja eigentlich ein Guter. Er ist ja echt ein Guter. Wo ist er denn? Hier, Hauptmann. Hauptmann Talon. Ah, ihr seid zurück. Seid ihr nun bereit für den Kampf? Nun? Ha, ha. Äh, ich habe noch ein paar Fragen. Ich muss da was erlegen. Wegen der Goblin-Überfälle, die Talon plagen. Habt ihr Neuigkeiten? Ich habe das Lager gefunden. Ähm. Das sind gute Nachrichten. Aber so wie es aussieht, können wir dem Oger noch immer nicht das Handwerk legen. Bürgermeister Stippwitz hat es mir kurz nach eurem Aufbrechen verkündet. Der Stadtrat weigert sich auch nur eine Wache aus der Stadt zu lassen. Rein aus Gründen der Sicherheit, wie der Bürgermeister mir versicherte. In der Zwischenzeit werden außerhalb der Stadtmauern weitere Pilger und Bauern einen elenden Tod durch die Hände des Ogers und seiner Bande sterben. Ein Irrsinn ist das. Könnt ihr euch nicht gegen die Anordnung des Stadtrates wehren? Ihr seid doch ein stattlicher Mann mit Bart. Ich fürchte nein. Meine Männer sind mir zwar treu ergeben, aber sie folgen auch unseren Gesetzen. Wenn der Stadtrat die Aktion nicht absegnet, werden sie nichts unternehmen. Ich sage es nur ungern, aber es sieht ziemlich düster aus. Tja, jetzt haben wir hier ein paar Sachen. Es mag düster aussehen, ja, dennoch glaube ich fest daran, dass es einen Weg geben muss. Kann man denn den Rat überhaupt nicht mehr umstimmen? Oder dann werde ich an eurer Stadt den Rat überzeugen. Ich bin nicht wie ihr durch eure Pflichten an den Wachdienst gebunden. So kann ich mehr Zeit darauf verwenden, den Rat umzustimmen. Oder wohl anderen werde ich den Oger eben alleine bezwingen. Ich blondes Mädchen. Ähm. Ich frage mal, ob es nicht einen Weg gibt. Darum habe ich mich bereits bemüht. Alles vergebens. Wenn die Stimme der Vernunft im Gewande eines Untergebenen zu den hohen Herrschaften spricht, stößt sie oft auf taube Ohren. Tja, dann werde ich wohl an eurer Stadt den Rat überzeugen. Ich bin nicht wie ihr durch eure Pflichten an den Wachdienst gebunden. Außerdem habe ich Brüste. So kann ich mehr Zeit darauf verwenden, den Rat umzustimmen. Da habt ihr sicher recht. Dennoch wird es nicht leicht. Ihr werdet zunächst das Vertrauen aller Ratsmitglieder gewinnen müssen, bevor sie eurem Anliegen ernsthaft Gehör schenken. Tja, mit der genötigen Geduld wird es mir schon gelingen. Ihr werdet schon sehen. Sagt mir bitte noch einmal, welche Bürger Talons zum Rat gehören. Bürgermeister Stippwitz, den findet ihr um diese Tageszeit sicherlich bei einem guten Krug Apfelwein an einem Tisch vor der Schenke. Kaufmann Eichrich werdet ihr am Markt vorfinden und der örtliche Geweihte der Pereine sollte am Tempelplatz zu finden sein. Rondra mit euch, Naiva weiß von nichts. Und ja, dann ist ja unsere Mission ziemlich eindeutig. Wir müssen drei Aufgaben erfüllen für unsere drei noblen Herrschaften. Aber welche Natur diese Aufträge sein mögen, kann ich nun auch nicht voraussagen. Wir werden also trotzdem erstmal mit den Leuten sprechen müssen. Warte mal, welche ist denn Kaufmann Eichrich? Möchtet ihr mich ausgerechnet jetzt stören? Ich habe keine Zeit, Fremdenführung zu spielen. Ich bin Kaufmann und habe wichtige Geschäfte zu ergeben. Tja, ich bedauere es, euch stören zu müssen, werter Kaufmann von Eichrich. Es geht jedoch um eine höchst wichtige Angelegenheit. Der Hauptmann von Talon bittet um eure Erlaubnis als Stadtsratsmitglied gegen das Ogerlager vorzugehen. Hört sich das eine an, als ob das so einfach wäre. Ehrlich gesagt, ich gebe ich einen Pfefferling drauf, was der Hauptmann will. Aber bei geeigneter Gegenleistung eurerseits wäre ich bereit, dem alten Haudegen in dieser Sache entgegenzukommen. Nun gut, eine Hand wäscht die andere. Da unser Beiler Zeit kostbar ist, bitte ich euch, es kurz zu machen. Was verlangt ihr? Oder, wenn ihr meine Hilfe wollt, dann müsst ihr euch auch die Zeit nehmen, mir alle Einzelheiten anzuvertrauen. Machen wir dann mal den zweiten. Pah, müssen muss ein Eichrich gar nichts. Aber Geschäft ist Geschäft, also sollt ihr eure Einzelheiten haben. Kommt ein wenig näher, das geht nur uns beide an. Unter uns gesagt, es geht um Familieninterna. Mein Sohn trifft sich schon seit geraumer Zeit mit einer gewöhnlichen Magd. Für gewöhnlich trafen die beiden sich immer heimlich auf der Wiese unten am Flussufer. Aber seit diese diebischen Goblins sich draußen zu schaffen machen, konnten sie sich dort nicht mehr treffen. Die müssen sich ein neues Versteck für ihre Treffen gesucht haben, welches ich noch nicht kenne. Erzählt weiter. Ich habe seit gestern nichts mehr von ihm gehört und habe nun verdacht, dass der liebestolle Idiot mit dieser billigen Dirne durchbrennen wollte und ihm nun etwas zugestoßen sein könnte. Wenn meine Vermutungen stimmen, dann müsste der Name der Magd Niam Süßen sein. Findet die Mutter des Mädchens und konfrontiert sie mit meinem Verdacht. Vielleicht hat sie einen Hinweis für euch, welchen neuen Ort die beiden sich ausgeschaut haben. Bringt mir meinen Sohn lebendig zurück und dem Hauptmann ist meine Stimme sicher. Ihr werdet mir also helfen, nicht wahr? Nein, verstanden. Ich werde sehen, was ich für euren verzogenen Balk tun kann. Sehr gut. Kommt wieder, wenn ihr Neuigkeiten habt. Ihr seid ja immer noch hier. Was ist denn noch? Ähm, lebt wohl. Tja, dann haben wir tatsächlich schon unsere erste Aufgabe. Warte mal hier. Muttersüßen. Na also, ich würde das auch direkt angehen. Hahaha. So.